ich lande einfach auf dem dach und drehe mich auf dem dach und damit herzlich willkommen zu trackmania mit dabei leon hollo und daniel das war die beste begrüßung von allen bisher ja ich bin bei 99 prozent ich habe bald einen stufenaufstieg ja ich habe auch 98 ich habe 99 ich meine ich bin auch kurz davor ja ich weiß das hat ein internationales spiel hin und wieder so an sich ja ich sehe nur gerade putin so der russische präsident so oder ist bald auch französischer präsident das ist das was ich sagen wollte ja putin macht die kleine west erweiterung bis hin in die usa zu machen und von der anderen seite zu kommen ja gut da könntest du natürlich da könntest du jetzt aber natürlich auch sagen dass er mehr als nur die usa will ach so und hier funktionieren übrigens stands ne für alle zuschauer dadurch kriegt man fetten boost die strecke ist geil erster gut auf die erste wahrscheinlich einfach nur der erste seine zeiten gelegt hat ja so ziemlich holy graikamoli ich habe gerade ein double frontflip gemacht und habe keinen bonus bekommen finde ich gut aber ich bin immer noch erst so aus irgendwie wo nein ich habe das direkt beim anfang am anfang probiert den double frontflip backflip im es m m in meinem drift ich bin elfter trotz richtig herr harter wandberührungen Was für ne Zeit hast du, Daniel? 25, 68. Bam! 25, 17. Na, ich hab's verkackt. Irgendwo. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wer. Leon, du warst's. Absolut. Nein! Ja, die Station ist 10 Minuten lang. Ja, ich hab grad auch eine Frontflip nicht angerechnet bekommen. Wahrscheinlich war die Landung zu kacke. Du la bien placé ton boost. Fragezeichen. Der Chat ist herrlich. Oh! Ey, Frontflips sind schneller als Backflips, oder? Ich glaub schon, ja. Ja. Ja, bei mir schon. 0,09 Sekunden. Hättest du mal ruhig sagen können, Daniel. Nein, ich bin nur noch Zweiter. Ja. Nein! Drei, zwei, eins, go! Hier sind immer noch Leute, die es nicht gepeilt haben, bis wir es dann machen können. Ja, gut, wir haben es auch erst spät verstanden. Ja, naja. So spät. Nein, nein, nein. Iga noch 6 Minuten. Hallo? Und ich bin hinter Daniel. Leon, wo bist eigentlich du? 38. Was war das denn? Jetzt bin ich immer in 36. Jawohl. Sehr gut. Hey, David, wieviel bist du? Vierter. Vierter? Ja, Mann. Fünfter. Immer noch dritter? Schade. Ja, unter guten Freunden gönnt man es, sich halt Erfolg zu haben. Dankeschön. Ich habe gerade schade gesagt, dass du immer noch dritter warst. Achso. Holy shit! Alter, war das geil! Was? Ach du Scheiße! Ich dachte, mit einem Double Front Flip kommt man bei diesem großen Sprung die ganze Zeit gegen diese Dingens. Aber wenn man richtig landet, dann kann man sogar drüberfliegen. Nur drüberfliegen. Bei diesem Big Jump kannst du über den Checkpoint drüberfliegen oder was es auch immer ist. Echt? Ja, aber dann wird es ja nicht angerechnet, oder? Also, der Check... Achso, ja, stimmt. Vierter! Nein! 0,06! Ich bin direkt in die Idee. Das kann man eigentlich jetzt schon neu starten. Ja, toll. Jetzt nicht mehr. Ich mag es nicht, wenn du hinter mir stehst. Das Vertrauen ist nicht da. Du kannst gerne im Ranking hinter mir stehen. Nein! Ja! Bist du vor mir, oder? Ja, natürlich. wie hat der franzose es geschafft 24 65 zu fahren ich fasse es nicht hat die weiße flagge gebeten auf der flucht sind sie ganz schnell ganz schön schnell verdammte scheiße ich war den ersten buch vom vom ersten jump immer zu früh ist jetzt schon vor der kurve ein dann bin ich zu schnell in der kurve jetzt verstehe ich das eher dass man seinen boost nicht nur einmal drücken muss gedrückt halten gedrückt halten weil ich habe ansonsten immer nur einmal kurz gedrückt damit vor 9 ja stimmt es ist nicht wie nicht vor speed nitro oder also in manchen die vor speeds war es so du bist siebenhundert zu schneller als ich ja close enough rest in pieces nein aber die strecke ist sehr geil allerdings ich bin nämlich auch 26 nein ich war 0,2 sekunden persönlich schneller das knallig ja ich werde 24 bereich gekommen am anfang geht kein double frontflip so sehr ich es auch versuche naja ich habe es auch einmal probiert es geht nicht vielleicht bringt es was wenn man den flip erst ein bisschen später einleitet boah naja oh jawoll ich bin wieder vor dir get back nein du bist auch unter 25 du bist jetzt unter 25 ich wäre unter 25 so sehr schön das ist ein big place dude auch nee ich bin über das ziel hinaus also an der seite wenn ich reib da gerade let's go try hard nein warum war ich da schon langsamer ja skytech gaming als maul davgaming ist noch mal besser als skytech gaming definitiv naja das die sache ist halt die heißt er in wirklichkeit skytech dann wäre skytech gaming cooler name scheiße ich habe keine zeit mehr naja vater not bad NEIN ah ich bin vor dir einplanter achter noch geworden ich bin mit vollgas gegen das ziel geflogen hallo wie sind alle drei in den top 10 ey was geht ab ach kacke ey warum sind wir mit franzosen um es einfach sind wir unter dem top 10 oh man ich glaub's nicht wieviel da bist du weltweit daniel top 7000 ey ich hab jetzt einen rang ich auch und 8 7 prozent i like als gleicher plus 6000 nice find ich gut beim global ranking plus 6000 ja aber ich bin auch 32 tausendster oder so boah das ist ähm ausbaufähig ich hab eben nicht mal gesehen wieviel da ich war ich glaub soviel da also 32 tausendster bin ich bei tennis weltrangliste weil es nur 32 tausend tennisspiele wahrscheinlich gibt so naja wir tragen sie auch mal herzlichen glückwunsch achja load screen hype ja man ich fühle das verlangen das verlangen nach tempo alles klar das klang jetzt ein bisschen nach was anderem aber gut das ist karrierestrecke oder warum ist denn da einer so schnell boost ach der hat seinen boost schon vorher benutzt was für ne floppe das ist die strecke wo man langsamer fahren muss glaube ich gell ja am ende den boost erst verwenden selbst wenn du keinen boost hast musst du langsamer fahren du musst dich auch nicht einmal bremsen oder sowas aber man kann den boost halt schon am anfang benutzen das ist eigentlich eine ganz gute methode und dann langsamer halt werden oh shit ich hab ein bisschen zu viel gebremst ich auch oh nein die landung ist nicht geil ach nee ey so knapp die landung muss aber schon gut sein ja perfekt oh shit oh 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 doch oh doch oh doch perfekt ich war noch nicht beim ziehe bisher zweiter 0,1 0,1 hinter dem franzosen der franzmann 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ich find's geil da hast du halt wirklich mal ein bisschen zeit dich zu verbessern ja wenn man so schlecht ist wie du und 100 versuche brauche hat man ja gesehen hat man ja gesehen ja ich war schneller als du eben Pappnase ach so ja ja aber ich war früher schnell als du bei der Strecke grad eben deswegen macht dein Vergleich trotzdem keinen Sinn ja ich hab's auch grad kapiert ja ich hab's auch grad kapiert ja warum hast du resettet ich? ich? ja du ich war rechts an die Seite gefahren das ist ein perfekter Run das ist die Bestzeit unter 18 Sekunden der erste unter 18 Sekunden der einzige was? warum? 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 ich wollte dir deinen Erfolg nicht kennen alles diese Neider ey wie hast du das gemacht? schneller gefahren ne nein oh man ey ich glaub's nicht 5 Sekunden oder so hast du deinen Spaß well played dude dankeschön oh fuck it wir sind schon wieder jetzt sind wir zu dritt unter den Top 5 not bad kacke nein oh man ey wie hat er das gemacht darf er das? ja genau rechte mir den Backflip nicht an Arschspiel da ist eben einer auf dem Dach gelandet oh 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 Gott oh Gott nein Backflip 1080 toll dafür bin ich langsam wie scheiße 0,04 Sekunden ey 0,04 Sekunden ey du weißt schon dass dich das super unsympathisch macht oder Daniel? hehehe genau hated mal Daniel in den Comments richtig so muss das hallo ich hab das Spiel inzwischen auf englisch und bei mir steht jetzt hello 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 oh 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 irgendwas passiert hier gerade ich glaub man darf die Bremse in der Luft nicht gedrückt halten sonst erhöht sich die Reibung in der Luft jawohl nochmal schneller geworden 17,63 einfach nein einfach nein einfach nein das kann doch nicht wahr sein von einem drittklassigen Rennspielspieler besiegt ja das ist nur ein Arcade das ist nur ein Arcade oh oh ja komm nein was Master Backflip? wollt ihr mich verarschen? was war ein Master Backflip? was? es gibt auch Master Backflip echt? ja hey Leon, gute don't play Shobai hi hi n 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 ist aber dafür kriegst du mehr boost oh mein gott oh mein gott mein erster sektor vier zehntel schneller persönlich jetzt krieg ich daniel ich bin aber 300 13 fuck you erkennt dich bei den unterschied zwischen hundertstel und zehntel und ist trotzdem schneller zweist er zwei nachkommen stellen du bist doch wohl 17,63 schneller Prozent gefahren ja und du bist ja 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 wie nennt man jemanden der so schlecht wie daniel ist in mathe antimaterie der war richtig schlecht warum kriegt man manchmal am anfang 400 540 und manchmal nur 360 oder so 540 heißt wenn du auf dem dach landest hihihi nein diese points die man kriegt zum 5 boost ich krieg nochmal 360 ich hab jetzt gerade 540 bekommen aber ich weiß nicht warum ich hab nix anders gemacht ich bin immer zu schnell für diese scheiß sprung da ja ja man ich auch flipflap 540 was hatte ich gerade auch oh nein ich war 0,7 sekunden persönlich schneller das darf doch nicht wahr sein wie mach ich das wie mach ich das wie bin ich so geil und dann verkack ich es trotzdem 3 2 1 2 3 2 3 oh perfect flipflap jetzt hab ich's auch master backflip nein jetzt bin ich hier jetzt rum ich freue alter das darf doch nicht wahr sein ich glaube das spiel hat so ein bisschen probleme mit der erkennung von tricks sketch du warst ein bisschen zu schnell das sieht so gut aus plötzlich kommt der leon mit über 200 km h überschuss angeschossen und bäm verkackts aber es sah gut aus hey leon wie ich mich da bist du 18 ach der nein das comeback war fast real madrid aber das ah jetzt neuntert gerade 6 sekunden spieler der erste david wir sind die ersten zwei ey ja komm no hate no hate gg all wir haben es geschafft alter wir sind an die weltspitze gekommen ich meine guck mal da sind Leute die sind auf level 3 und die haben wir einfach besiegt 10.361 34.007 34.007 34.007 34.007 35.007 35.007 35.007 35.007 35.007 36.007 36.007 36.007 36.007 36.007 37.007